Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Neuübersetzung, Version 2.01 ist es und wieder mit dabei sind der Kibbel und die Mary. Hallo, ich grüße euch. Fällt mir gerade so ein, falls sich ja jemand wundern sollte, warum ich immer erst den Kibbel zuerst begrüße und dann die Mary. Eigentlich macht man sich umgedreht und so. Das liegt daran, weil Mary ist nun mal Player 3. Das ist der Nachteil ja im Player 3. Ja, das ist aber hinten dran, ne gut. So, in der letzten Folge ist ja diese Fee abgestürzt und jetzt gucken wir mal, ob die noch lebt. Abgestürzt? Die ist mächtig in den Boden, in den Sand reingeschubst worden. Ja, sie steckt mit dem Kopf förmlich noch im Sand. Ja, oder an der Erde. So, wir haben gerade gefragt, ob noch alles in Ordnung ist und sie macht Liegestütze. Es ist alles okay. Okay, ja. Genau. Mary. Oh, es geht schon wieder. Wer bist du? Ich bin Pic aus Navarre. Ein Anhänger der Diebesgilde. Ob das jetzt so? Nee, gar nicht. Äh, ja. Das kommt genauso rüber, wie ich das erzähle. Nee, ich meine, ich meine diese Abstand da bei der... Nee, gar nicht. Erzähl. Ja. Äh, ich sah ein Licht vom Gasthaus in Astora, Astoria und... Pic, da ich nicht gerade eine große Auswahl habe, will ich dich. Na toll. Was? Wie jetzt? Du bist doch der Letzte, so weißt du. Ähm, nichts. Bitte Pic, bring mich nach Wendel zum Priester des Lichts. Ja, okay. Meine Kraft reicht nicht mehr zum Fliegen aus. Okay. Äh, äh, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ah, ich war gerade auf dem Weg dorthin, aber die Höhle der Wasserfälle ist versiegelt. Oh, wenn ich dich begleite, dann sollte das für uns kein großes Problem darstellen. Beeilen wir uns. Unheil hält Einzug in dir, in das heilige Mannerland. Ähm, heiliges Mannerland? Und vor allem ist dort vielleicht ein Absatzfehler? Ja, der ist mir vor uns schon aufgefallen. Äh, das ist das, was ich vor uns meinte. Ich glaube, der Text sollte weiter oben sein. Echt ja, wir werden das jetzt hier mal berichten und sagen. Äh, was war das? Es kam von Astoria. Schnell zurück. Schnell zurück, los. Ich werde mich für eine kleine Weile in deinen Kopf ausruhen. Ja, äh, was? Äh, warte mal. Also, ob das jetzt so korrekt ist, weiß ich nicht. Also, da muss... Das könnt ihr uns ja in den Kommentaren schreiben. Was denn vielleicht besser aussehen könnte? Okay, auf Astoria. Okay. Äh, 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 äh. Äh, da ist eine Stimme in meinem Kopf. Und sie summt die Melodie von Tetris. Ding, 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 genau. Schnell! Schnell! Äh, äh, verstanden. Äh, ich höre... Die Fee schließt sich an. Ja, nee, da stand Fee schließt sich an. Oh mein Gott, Fee schließt sich an. Ich würde sagen, da fehlt erst die, oder? Äh, nee, vielleicht heißt die Fee einfach Fee. Ja, aber die Fee schließt sich an. Ja, aber ich sag doch auch nicht, der Kipel. Ja, also, wenn ich da jetzt einen Kipel schließt sich an, dann der Kipel schließt sich an. Ja, okay, ist egal. Ja, da fehlt noch dieses, dieses, der, die, das davor. Wer, wie, was? Ich wäre der. Wieso, weshalb, warum? Ja, 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 ja. Ja, ja, genau. Ja, die Pilze haben ihre Farbe geändert, weil wir jetzt langsam Tag haben. Ja. Das heißt, dass du... Du hast gelernt, man merkt. Du gehst gleich wieder voran. Oh ja, hoffentlich ist das kein... Und dann wird das gleich bestraft dafür. Ein Pick ist laggy. Pick ist laggy. Mega laggy. Oh, sehr, sehr, sehr. Laggy. Gut, okay. Da sind wir auch wieder, wir haben die Pfeile vom Kopf bekommen, das ist ja... Oh, hat er sich jetzt gerade die Wange gerieben, wenn ich stehen geblieben bin? Ich habe keine Ahnung. Los, mach was. Beweg dich. Ach nee. Ey, das gelangweilt. Der macht bestimmt einen kleinen Finger im Mund so. Ja. Wieder klein, jubi. Weißt schon. So, jetzt gemacht. Ähm, ähm, ähm. Neh, keine Ahnung. Tu mal sprechen, ja, da hieß, warte, Austin Powers. Ja, bei Austin Powers, dieser Dr. Lee. Ja, genau, genau. Los, weiter geht's. Spiel gespeichert. Okay, wir wollen jetzt hier mal gucken, was denn da so hellauferleuchtet war. Ah, das Special hat gerade geschrieben. Okay. Wie weit wir sind. Du kannst ihm sagen, wir sind gerade bei Pop 5, ne? Ja, ja. Nein, Pop, nein, Pop 4. Egal, wir haben Pop 4. Pop egal. Pop irgendwas. Ne, ich schreibe jetzt nicht. Ja, schreibe mir am besten, wir nehmen seit um 11 auf, so. Das klingt... Da muss ja nichts davon wissen, dass da ein paar Lags mit drin waren. Ne. Äh, die, die, die Pilze haben sich in Pogo-Pusche verwandelt, das ist ja toll. Weiß. Ja, das waren vorher Pilze, drei Stück. Ja. Okay. Die haben gemerkt, du hast kein Skill. Ja. Die haben sich dann gleich verwandelt in schwächere Gegner für dich. Richtig. So sieht's nämlich aus. Oh, guck mal. Oh, mein Gott. Links, rechts, äh, was ist hier passiert? Anscheinend sind die Biestmänner in das Dorf eingefallen, während du weg warst. Diese Biestmänner. Man kann sie keine Sekunde allein lassen, ohne dass sie Mist bauen. Wir müssen uns beeilen und dem Priester des Lichts davon berichten. Wendl ist in Gefahr. Okay. Oh, er hat sogar genickt, während ich okay gesagt habe. Das ist ja toll. Also in der Stadt gibt's rein gar nichts mehr. Kann ich mal mehr in die Häuser reingehen? Nee, du kannst ja gleich weg. Hier ist nichts mehr. Hier ist alles. Der Hund vielleicht lebt noch, wenn du Glück hast. Oh, guck mal gucken. Der Hund hat überlebt. Selbst der Hund hat nicht überlebt. Vielleicht hat der Hund überlebt, ja, und ist weggelaufen. Nee, du kannst ja weiter. Hier unten gibt's nichts mehr. Also ist diese Prophezeiung wahr geworden, wie sie gesagt worden ist, von dem, dass dann, wenn man die Fee oder wenn das Licht auftaucht, dass die Stadt zerstört wird. Ja, so ist es nun mal. Es ist wie bei Kill Bill. Hallo. Ja, Kill Bill. Darf ich meinen Satz noch schnell beenden, bevor ich dich mit in mein Party aufnehme? Ja. Es ist wie bei Independence Day. Wenn das Licht auftaucht, dann ist das weiße Haus weg. Genau. Höhle, ich komme nicht rein. Oh, Fee lässt uns rein. Hm, ich auch. Sah Licht in Wald. Das war eine Fee. Äh, warte, ja, das war eine Fee. Du gehst nach Wendel, heilige Stadt. Ich auch, weil... Ich hab nicht mal ein Wort gesagt und der weiß schon alles, ey. Weil ich hab ein Weil. Nee, mein kostbarer Freund Karl. Karl und ich, keine Mutter, deshalb immer zusammen. Eines Tages griff Karl mich an. Danach erinnere mich nicht. Mein Körper war so aufgeheizt. Super Saiyajin? Nein, voll gut. Oder der große Affe, keine Ahnung wie er heißt. Als ich zu mir kam, war Karl tot. Ich bin ein Biestmann, aber nicht wie die, die jaht Angriffen. Mein Blut, halb Mensch. Durch Karl lernte ich Vertrauen und Freundschaft. Oh. Au. Ja. Hat den wenigstens begraben? Wahrscheinlich schon. Der Biestkönig ließ Karl mich angreifen. Mein Biestmann-Blut-Karl. Mö? Ja. Als ich, nee, als ich es her, her? Kau. Ah, als ich es, als der Ibu sich verabschiede. Warte mal ganz kurz. Es ist schon wieder dieser, ähm. Masterleck. Mhm. Als ich es heraus, nee, als ich es herausfand, griff ich Biestkönig an. Gar nicht gut. Bam. Einfach weggeschleudert, ja. Ich nix gut gemacht. Ali nix schuld. Ali nix schuld. Ich hörte, Priester des Lichts kann Karl wiederbeleben. Ist das wahr? Ich finde es heraus. Monster in Wasserfallhöhle? Kein Problem. Du und ich halten zusammen. Ich bin Kilby. Hammerkuhl. Kilby schließt sich an. Yes. Herzlich willkommen, Kilby. Ja, ich, ich, äh, auch bewegen. Sehr schön. Du mich auch bewegen können. Ich mach ein Save-Stat. Nein, mitten im Rennen. Welcome, Mr. Beastman. Oh, ich bin magisch versiegelt. Tja, so, die Fee hat sich ausgelockt, dann geh ich weg. Moment. Moment. Ich lege die Barriere auf. Moment. Ist so schnell. Du, Momento. Du kleiner. Oh. Bam. Ach nee, die Barriere ist weg. Juhu. Jippie. Hey, jetzt hast du die Fee gefressen, oder? Nee, die ist in deinem Kopf wieder. Höhle der Wasserfallhöhle. Oh, jetzt können wir fighten. Cool. Ich muss gucken, wo mein Schlag kommt. Ultraschall. Nein, ich hab außer so in die falsche Tasse gedrückt. Juhu. Jetzt geht's weiter. Ja, und sie ist auch gleich weg. Oh, ey. Hast du mehr Lack als ich? Ich hoffe, hast du gesehen, ich hab die angetreten. Cool. Merkst du was? Das kann ich mal, dass das Roulette... Weil ich die antrete, ist gleich alles korrekt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Guck mal, ich hab ein HP verloren, das lohnt sich. Ja, na klar. Jetzt gucken wir, ob hier auch die Wasserhöhle steht. Genau. Höhle der Wasserfälle. Scheint korrekt zu sein. Höhle der Wasserfälle. Pick, kill bee. Kill bee. Spiel gespeichert. Juhu, weiter geht's. Schnell weg hier. Hm. Yeah. Der Biestmann hat ja voll die Power. Ja, ich bin ultra. Du bist level 4 schon? Ja, ich geh voll geil ab. Ja, echt mal, du hast gelevelt heimlich. Ja, ich wollt's ja niemanden verraten, aber wir sind gefangen. Verdammt. Gefangen. Dö, 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 dö. Gefangen im Pilzkopf Mushroom Kingdom. Heuer. Hadouken, Hadouken. Hm. Ein Ausgang ist erschienen. So ein Zufall. Naja, ist nix weiter. Das war voll die Falle, ey. Voll blöd. Wir sind gefangen im Mushroom Kingdom. Pilzkopf. Au, 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 Mann. Zack. Wow. Okay. Kannst du dich dort auch freshen. Vitalität. Mache ich jetzt erst mal. Das ist mir gerade ein bisschen wenig HP gewesen mit dir. Nur ein paar und 80. Oder 90. Jetzt ins 100. Er kann voll coole Moves. Der Beastman oder... Der andere. Nein, Beastman. Beastman. Das ist vielleicht einer von den X-Men. Ah, Hilfe. Ach so. Entschuldigung. Ach, Hilfe. Ich glaube, wir müssen nur retten. Ja, scheiß drauf. Ich bin ja ein Dieb. Schnell. Wer sagt das jetzt? Schnell, schnell. Vielleicht ist das der Erzähler. Der sagt, schnell, schnell. Du musst dir helfen. Ich dachte, ich müsste sterben. Danke. Ich bin Carly. Das süße kleine Mädchen aus Wendell. Cool. Ich glaube, ich spinne. Ein kleines Mädchen ganz allein in einer Höhle voller Monster? Jo, geht ab. Jo. Aber, aber... Ich muss heilen. Nee. Ich muss pulnen. So, pass auf, okay. Heat, dein ganz lieber Priester. Heat? Ja, Heat. Ob das so deutlich ist? Vielleicht soll das aber auch heißen, Heat. Heat. Okay. Auf Englisch ist Heat. Ich kann die übrigens nicht weiter drücken. Das geht von allein. Ich kümmerte mich für Carly. Okay. Dass sie keine Mama und keinen Papa mehr hat. Ja, ich drücke. Okay. Opa wollte, dass Heat nach Historia geht. Und Carly hat Heat oder Heat oder Graf? Ja, ne? Ich finde, Heat, Heat sollte eventuell übersetzt werden. Okay. Und Carly hat... Ja? Ja, erzähl weiter. Und Carly hatte keine Angst um... Hatte Angst um ihn. Hatte Angst um ihn, ja. Vielleicht soll das auch heißen, Heat oder Hat. Hat, hat. Hat. Was geht? Hat. So. Mein Hat. Meinem Herzen... Ne, mach Heat, mach Heat. Okay. Meinem Heat darf doch nichts zustoßen. Mick half mir bei der Flucht. Ja, Mick ist okay, aber Heat... 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 Es klingt nicht schön. Also, das sollte man überlegen, ob man das vielleicht übersetzt. Also, auf Englisch gibt es ja Heather als weiblichen Namen. Vielleicht doch... Keine Ahnung. Vielleicht sollte man es Heather nennen. Heather. Heather. Als ich Heat, Heat, was auch immer, gefunden hatte, wurde er von einem bösen Mann entführt. Ja, ich sage, Heather. Heather. Wenn man ein A hinten ransetzen würde, wäre das alles schon schön. Ja, aber dann wessen weibliche Name? Es ist ein Mann. Es ist auf jeden Fall komisch. Es ist, ich denke, es ist eine Frau. Ah. Wir werden der Sache noch auf den Grund gehen. Okay. Auf jeden Fall, Heat kann man, finde ich, nicht lassen. Es liest sich nicht schön. Vielleicht soll es doch heißen, Heat. Wirklich, Heat. Heat. Ja, doch. Es liest sich trotzdem nicht schön als Deutsch. Es ist halt, ja, es ist auch ein englischer Name. Den kannst du auch nicht deutsch machen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Spitzname. Nein. Ich muss dazu sagen, Kevin war auf Japanisch-Englisch-Übersetzung auch nicht original. Kevin hieß auch nicht Kevin. Also, es wurde selbst an den Namen schon was verändert. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ein Spitzname von Bob oder so. Ja, vielleicht hat ja Special jetzt zugehört und lässt sich eventuell was einfallen. Für den Textfluss ist es nämlich nicht schön zu lesen. Dann Herbert oder irgendwas. So, jetzt können wir den Text langsam weitermachen. Aber dazu müssen wir herausfinden, ob es jetzt weiblich oder männlich ist. Das ist männlich. Auf jeden Fall. Wir werden sehen. Es gibt doch Heath Ledger. Es gibt doch den Schauspieler. Ja, Heath. Oder Gab. Ich weiß gar nicht, wie man es nicht sagt. Weiter. Eros. Bösen Mann entführt. Ja. Okay. Weg ist er. Heath weg. Kleines Mädchen, blöd. Nee, die kann richtig Deutsch reden. Ja, aber in dem Moment konnte sie es halt nicht. Mein Charakter ist nicht. Ach, die ist in so hergerannt und deswegen wurde ich dann vor uns, ne? Ich wollte nach Hause, aber kann nicht in die Höhle rein. Dann bin ich dir gefolgt. Tja, cleveres Mädchen, mal. Ja. Und mit zwei Zupro an die Mütze. Ja. Andere machen lassen und dann den Erfolg hinten um ein Heimsen. Okay. Ich habe eine Frau. Ja, so macht man es. Und dann, ich bin fast abgewogen. Ich bin fast abgewogen. Und gefallen. Natürlich. Und da nochmal. Kurz darauf kamst du. Ja, auch in die Jungs. Dann weint sie. Wenn du später gekommen wärst. Armin Carly. Oh, gut. Ich wollte ohnehin zum Prüfster des Lichts. Du kannst mitkommen. Ja. Was? Hat dich etwa Opa hierher geschickt? Ich brauche keine Hilfe von dir. Wendel ist in der Nähe. Hier entlang. Und verlauf dich nicht. Na, ist klar. Geht so wieder voll ab, ne? Alle Clown. Ja. So, nach diesen zwei Pilzköpft ist, glaube ich, unser Part schon wieder vorbei, leider. Ist kein Problem. Ne, nicht noch die zwei. Ne, ne. Ich mach zwei Gegner, das ist ja voll billig, ey. Wir müssen schon aus der, das ist ja nicht weit jetzt. Die zwei Meter können wir noch laufen. Ah, manch. Jetzt habe ich Player 1 und 2 verwechselt. Ich bin blöd. Ja, es ist, du hast gleich gedacht, du bist der mit dem Skill, ne? Ja, natürlich. Der mit Level 4. Ja, war mir klar. Du hast auch nur noch 27 HP. Weil ich gut bin, aber es ist egal. Wir nehmen die Kiste. Nimm du mal die Kiste mit. Ja, mit 27 HP, dann bist du oder was? Ne, ich habe 27. Du hast auch 101. Ja, ich bin gut, halt. Aber es ist gut, ne? Siehst du, bei mir kommt nie so ein Ding. Dann können wir das Ding ja gleich mal ausprobieren, so auch auf mich. Lass mal, bevor wir den Pappen noch mal rechts ganz kurz hinrennen. Ich will mal gucken, ob da oben da lang ging. Ach, das war eine Falle, glaube ich. Ja, mach das. Kann man ja mal mitnehmen. Ja, gut. Nehmen wir noch mit. Ach, guck mal hier. Also jetzt haben wir schon langsam das Ende an Dinseln. Ja, genau. Da war eine Kiste. Scheiß auf die Kiste. Ja, das war. Also, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir aus dieser Höhle rausgehen. Nein, wenn wir zur Stadt Wendel gehen. Lavendel. Wenn wir zur Stadt Lavendel gehen. Ja, die, werden wir schon mal gucken, wo die ungefähr liegt, bevor wir dann in den nächsten Part schreiten. Ja, da können wir mal kurz gucken. Hast du recht? Gehen wir mal gucken. Ich lasse mich mal hier nach oben. Wir sind ungefähr dort. Dort? Und die Stadt ist links. Links. Ja, da. Lass mal hin. Wir sind durch den Berg gestapft. Alles klar. Das macht natürlich Sinn. Ja. Deswegen war das alles so dunkel und bergmäßig. Super. Also dann, die Stadt Lavendel. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Wir sind alle gespannt. Auf was? Warum gehen wir eigentlich schon in die Stadt? Wir müssen zu dem coolen Priester, der dann die komische Kette entfluchen kann. Weil die Fee uns befohlen hat. Nein. Also mein Charakter, also ich möchte da glaube ich hin, wegen der blöden Kette, die entflucht werden soll. Und du willst da hin, weil dein Hundi wiederbelebt werden soll. Ja, mein Hund. Juhu. Also. Und ob das jetzt nur funktioniert, sehen wir dann im nächsten Part. Wenn es wieder heißt, Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Neu-Überseitung Version 2.01. Ist das eigentlich richtig? Version 2.01? Ja, das ist korrekt. Sehr gut. Ja, und wir sehen uns dann. Bis dahin. Macht's gut und tschausen. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.